ich kenne doch so keiner von der Musiker so und danach machst du dann nächstes du musst zur Schule beeiligt bitte hallo boah manchmal könnte ich so in die Schüssel brechen hallo die sollte eigentlich noch duschen Mädchen würdest du bitte gehen die weigert sich jetzt Mädchen geht zur Schule boah Aachen ja wie Aachen tschüss wo bin ich denn hier im Affenstall du bist du an den Leitlingslesen kann man auch nicht ja ja komm mhm so dafür weißt du was fleißig lernen ne komm musst du nicht du machst normal ja stellt hin und jetzt hebt das wieder auf du bist auch so schlau so du musst in 10 Stunden los das passt alles du hast heute frei genau genau oh Charisma du brauchst Charisma na tut mir leid michelle der muss jetzt auch nur eine Stunde quatschen sonst steigt er nicht in den in den sie war aber zu die Erbeerse wo hoch Puma was ist Prozent 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 Ende Prozent die sind aus warum zum Teufel sind die denn hier immer an da ist doch keiner ach hat das Spiel registriert das weil Alex gerade erst aus der Tür raus ist und dann schon so durchsichtig wurde und zur Schule verschwunden ist und das Spiel denkt immer noch sie wäre da drin das Spiel hat keine Wachs wo Starbox selbstbestimmtheit zählt Alex hat soeben die Ergebnisse ihres auch und zu akzeptieren okay sie hat keine 100 Prozent erreicht aber 98 was echt gut ist ein Test den Test nicht zu wiederholen bedeutet viel weniger Stress gut Oh, ho, dreffen abo. Tschüssi. Tschüssi. Neun Stunden Tankje im Bericht. So, Digimon Go, Super Jumpman Run, Final Fantasy X3, ne, App, ne? Cheap Girl. Ja. Wie ich darauf gekommen bin, ne, also Digimon Go, glaube ich, weiß man, wie man darauf gekommen ist, ne? Ich meine, es ist ja eine App. Ne, Super Jumpman Run. Wenn man zurückdenkt, ich hab's auch schon erklärt, wer heute mit einem sehr berühmten Namen bekannt ist, und, danke, und früher Jumpman hieß, weil er halt gar keinen Namen hatte, so, ne? Und auch eine App ist, na, das mit Final Fantasy X3 war ein Versehen, ne? Aber ich weiß, wie ich's löse. Und Cheap Girl, naja, da weiß ich nicht so recht, wie ich's machen soll. Wenn du dann gleich aufstehst, äh, aufstehst, genau. Oh, du brauchst ein bisschen sozial, ey, der ist wieder voll unsozial. Das geht doch nicht. Ich. Ich. Kollegen. Bekannte. Gute Freunde, Tochter. Seelenverwandte, Ehegattin. Mhm. Mhm, 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 mhm. 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 Da kann man machen wir ein bisschen schneller. Das ist echt mein Quatsch. Komm, zwölf Uhr. Steh auf. Das Klöchen, weil Baum sei, ne, inspirieren, ne, duschen, gehst du später. Duschen, gehst du später. Haben wir hier noch irgendwelche Level, die kochen? Okay. Dann liest das halt. Wie viele verfügt daran? Urlaub hat's eigentlich. Vier Tage? Trotz allem? Er auch. Und sie auch, sieben Tag. Boah. Warte, wie viel Tantien war das denn jetzt zusammen? Hm. Ja. Ungefähr fünfhundert. So ungefähr. Nur grob gerechnet. Kommt, was Level braucht er jetzt noch? Auch wenn er für den Job nur Level 4 erreichen musste, damit er es für den nächsten direkt hat. Wer zum Teufel ist das? Sandy Hack. Ich glaube, die hat sich hier wirklich reingehackt. Denn die habe ich hier vorher noch nie gesehen. Und alle Haushalte sind leer. Die ist echt komisch. Einsam. Wird verwahrlost. Ja, dann halt nicht. Dann sprichst du halt ein bisschen mit deiner Frau. Ne. Also du setzt dich da hin. Te... Nein. Ne. Ne. Schauen. Hier musste sanft küssen. Ne, ganz, ganz lieben, umarmen. Alter, geh doch mal weg. Das ist doch... Nein. Ich sage vor. Lech. Das ist gut. Das ist gut. Mio Herr Kölber Kölber das ist interessiert mich jetzt hier natürlich gut dass du aufstehst und gehst alle Korte das ist interessiert mich Torbel Maza U-Bim Skuma Arsipa Froben Skuma Plondy Lerna Pathan Skuma Schemagra Brehe Gana Beinu Zoi Brepani Zanesa Oduma Fruk Chesene Klonkas Lanaga Karabu Bropfra Klo 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 Das ist so cool. Fieber Just a crow Naya fluke Wadisa Nein das geht nicht Nein das geht nicht Tuga? Ah Sambo Oh mal Oh 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 Larkim Oh Larkim Oh Larkim Oh Garsa Mwah Vantarbo Fimpi Wachs 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 Sankt 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 Röder wird Röder wird R R So und jetzt Jetzt sie sich dahin Warte was stand da Nickerchen Ich dachte schon Ich hab schon wieder was anderes gelesen Ich hab schon wieder was anderes gelesen Hilde Hallo Hilde Hallo Hilde Mh Da kommt der vollerei Warte wollen wir den Morgen auch noch freigeben Ja komm das machen wir dann Steigen wir mal so richtig in Im Dings Level Mh Im Im Charisma Ne da macht er das jetzt aber auch weiter Anmachsprüche üben Mh Max das ist aber jetzt hier nicht anmachend Wartnischer das buchen gepackt Mh Ach ja das ist immer ein Ja Mh 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 Ja ich hatte jetzt eine Beförderung Ich will jetzt Urlaub nehmen Ein Tag Mh 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 Alex ist wieder da Hallo Alex Es gibt kein schöneres Gefühl Als mit einer Menge Einsen ins Wochenende zu starten Alex kann stolz auf sich sein Schön Alex Das hast du gut gemacht Doch das hast du gut gemacht Sie hat ja hier so eine BFF ne So eine BFF So eine BFF BFF Komm wir laden mal die Liberti ein Das machen wir mal Mh Hatte der jetzt schon getextet Mh 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 1 Mh mal was zu üben. Guck, der Herzgekser. Nee, geh weg. Ähm, 2, 2. Da sie es wahrscheinlich nicht schaffen wird, noch vorher etwas zu kochen, sollte sie es jetzt tun. Hm. Guck, die Kuchen. Gebraten. Erdbeerkuchen, der schmeckt so lecker. Buntbarer Schosserfangen. Eier und Toast. Da hatten wir das schon, ich will nicht was doppelt machen. Grün mit Speck. Hatten wir, glaube ich, schon, aber finde ich geil. Er war steig denn jetzt gerade. er geht das sei klar ist auch schon was sagt als h Prozent aber für nicht gut doch also eigentlich haben wir doch sonst was schönes aufgebaut hat so nichts zu sagen er hat es vorbei er hat er über die Wichter die diese trottelig Prozent die Zürich Stimme von Gitarren-Solos quatschen. Mal gucken, wie die sich hier so verstehen. So, so. So. Hi, ich begrüße dich trotzdem, obwohl ich dich eingeladen habe. Ja, genau. Ich bin so dumm wie ein Lama. Ich bin so dumm wie ein Lama. Oh, vor Freunden kann sie das aber nicht machen. Oh, schmutzigen Witz. Alex bringt einen schmutzigen Witz. Ei, 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 ei. Tollpatschig. Oh. Oh. Bitte? Bitte? Ne. Also, jetzt ist alles vorbei. Die kennen sich doch kaum. Ne. Ne. Torka-Chusen. Gaba. Aha. Hm. Aha. Moment. nicht den aus Alex ich schieße ich hatte nicht stell ich mal kurz rein Prozent die Täter Ich habe eindeutig angegeben Mädchen, das ist nicht... Da könnte ich kotzen Warum setzt sie sich einfach an den Rechner? Das ist mir bei Sims 3 auch passiert Da geht irgendwer an den Rechner Ne, ne, ne Ich muss da was ganz anderes andeuten Nämlich Wie war das denn? Ich weiß nicht mehr, war es ein Paparazzi oder Was auch immer Die waren gar nicht mit der Familie befreundet Der hat einfach so geklopft So aus der Nachbarschaft Da darf ich reinkommen Ich dachte mir, ja, sieht ganz sympathisch aus Kann man mal ein bisschen quatschen Da setzt er sich einfach an den Rechner Ich denke mir Was soll das denn jetzt? Das ist Eigentum? Privater Eigentum? Das würde im echten Leben auch keiner machen Ich gehe auch nicht zu ihr nur um zu duschen Und das jedes Mal Und dann Ne, geht er nicht nur an den Rechner Ne Steht dann plötzlich im Flur Ich denke mir, wieso das denn? Ha, hat er den Rechner zerschossen Kann ich nicht sagen Gemein, hör auf damit Warte mal Ne Ne, das will ich nicht Egal Ha, Pech gehabt Puh Die geht an meine Sachen Tja, dann spiele ich Gott Nein, nein, nein So, sorry Ähm, das musste ich mal eben ganz kurz rausschneiden Weil Wie hat diese blöde Akkulaufzeit-Dings da Weil, äh, diesmal hab ich's einfach rausgeschnitten Goa, Pech Lausanne Ha, ha und du musst gleich los ist das für ein komischer Back ich speichere mal lieber vorher aber was ist das für ein komischer Back was geht das hier ab? Moment mal ganz kurz ich probier mal eben ganz kurz was das stimmt doch was nicht ich hoffe das hilft es wenn ich da nicht das Spiel neu aber das ist ja ganz ganz merkwürdig das ist ja ganz ganz merkwürdig ich weiß aber auch nicht wo die verschwunden ist so und dann sagst du freundlich das hier geht ne aber bitten zu gehen geht nicht ne ja 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 das hier geht so so ssica mädchen Bitte rede doch mit der Und dann Hier sitzen und plaudern Ist das so schwer? Damit sie da aus seinem Zimmer raus ist Du musst jetzt erst was zocken Spielspiel, oh ja, my sins go Geldmangel! Endlich ist die Schicht von Michelle zu Ende Aber sie kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld Michelle weiß, dass es nicht an ihr liegt Und Muss sich entscheiden, ob sie den Kollegen meldet oder den Mund hält Nein Hm Nein, also Jetzt mal, ich stelle mir jetzt bei sowas die Situation vor Ich bin der Kasse Ich bin der Kasse Ich bin der Kasse